Kurz vor Beginn des Herbstplärrers gibt es auf dem Gelände noch allerhand zu tun. Ja, wir brauchen noch gut einen Tag, bis wir fertig sind. Die Aufbauarbeiten sind so ziemlich im Gange, aber die Wartung ist natürlich das Entscheidende. Ja, das sind 200 Scheiben und spezielle Spiegel und die müssen immer speziell aufgestellt werden. Ich glaube, das dauert auch am längsten. Das Geschäft selber steht sehr schnell, aber die Scheiben brauchen dann schon vier, fünf Stunden. Andere fangen gerade erst an. Die Technik und die Mechanik der Geschäfte hat für viele Plärrer-Fans ihre ganz eigene Faszination. Was mich am Aufbau speziell so fasziniert, dass es wirklich so extrem viel Arbeit ist, das Ganze. Später dann die Leute, die hier durchgehen, für die ist das ganz selbstverständlich, dass das steht. Ja, das ist zwar schön, aber das ist selbstverständlich. Ja, und auch die Neuheiten sind natürlich interessant, weil man das zum ersten Mal sieht, wie es aufbaut. Und mich interessieren auch die Familien, die Schausteller-Familien mit dem ganzen Umfeld, mit ihrer Geschichte, Tradition. Und sie sind ja eigentlich die Träger des Ganzen. Wenn sie nicht wären, hätten wir hier gar nichts. Das spürt man deutlich. Auch die ganz Kleinen helfen bei den Geschäften ihrer Eltern mit. Wir sind voll dabei. Manchmal helfen wir freiwillig. Wir haben Spaß aus dem Plärrer, wie jeder andere. Und wir tun halt immer miteinander spielen und auch mal was fahren. Weil wir uns da alle halt sehen, alle Kinder. Nicht jeder ist halt auf dem gleichen Platz. Auf dem Plärrer sind halt fast alle. Wir leben eigentlich wie jeder andere. Für uns ist das normal. Die Arbeit, die damit zusammenhängt, hat also auch etwas Positives. Das gehört dazu. Wir machen unseren Job sehr gerne. Wir haben in diesem Geschäft auch wirklich unsere Passion gefunden. Wir machen es mit Leidenschaft. Wir finden es total toll. Ich finde einfach, wenn man dieses Thema einmal gepackt hat, dann lässt es halt immer los.